Ich bin wieder so klein hier. Ach, ha je. Ach, ein Gefängnis ist das. Sieht man nicht viel, es ist zu dunkel. Nein. Sieht man nicht viel von dem Gefängnis. Gefängnis ist das. Das ist das Dorfgefängnis. Deswegen die Gitter hier vor dem Fenster. Das ist ja drollig, wa? Was ist das hier? Mit Schiene? Ach, Holzverarbeitung ist das hier. Sägewerk. Das ist ein Sägewerk hier. Die haben ja hier alles vor Ort gehabt, wa? Ja. Aber immer gehakt haben die hier. Ja. Das ist ja drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schuster So eine Maschine, so eine ähnliche, hat mein Opa noch gehabt. Das ist eine Schustermaschine. Ja, das ist das Brummtier. Ach hier. Schön, ne? Ach Gott, ein Barbier, ein frühe Friseur. Das haben sie hier wirklich schön gemacht. Ja. Hier kann man schön reingucken. Finde ich wirklich schön. Den haben sie gut ge- äh... Was ist das, äh? Bäckerei. Ach, Bäckerei. Oh, Kanonöfen oder was? Kenne ich auch noch, Fleischwölfe. Ah, der sieht ja interessant aus, dieser Herd da. Welchen, den schwarzen? Ja. Den hier. Ach, sowas. Und was da steht, der weiße da hinten, hatten wir auch. Aha. Ach, den weißen da? Nee, da an der Wand. Ja, sowas in der Richtung hatten wir auch. Und sowas hatten wir in den besten guten Zimmern, da kamen sie nur am Sonntag. Aha. Da durfte man nur am Sonntag sitzen. Wie viele verschiedene Öfen das mal gab, ne? Schon früher, ne? Der sieht ja auch interessant aus. Ja, ja. Ja, die waren ja noch weit bekannt hier, die... Ja. Der nimmt den Schraum da. Haben sie schön gemacht. Ne, hier kann man, äh, wer die Sprache kann, hat schön lesen. Gefällt mir gut. Spiegelt nichts. Was heißt das hier? Expositi. Ach so, die Ausstellung da. Ach so. Das scheint bald das letzte Haus sein, oder? Vorletzte. Spiegelt. Und wer hat es? Wenn du möchtest, dass du dich wärst. Schleifer 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 Die Luft hier ist so schön. Dorthin, wo wir da waren. Hier mal rein, ne? Und das Gemarsch. Das ist so ein bisschen. Ach, das kann sein. Ne, hier sind alle Türen zu. Das ist nicht viel zu sehen hier. Kunst. Hier. Oh, alte Fotografie hier noch. Alte Fotografie. Hallo. Oh. Das waren doch die ersten Filme, wo hier gedreht wurden. So ungefähr. Hier unten. So. So. ... ... ... ... Amen. Die geht mal von der anderen Seite rein. Eine Karte, 1,30 Euro von den beiden. Alte Fotografien noch. Gute Apparate und sowas war das. Hier sind wir ja reingegangen. Ja genau, da ist die Keramik da hinten. Jetzt im Moment muss ich nicht. Geschlossen steht da. Wenn die Tür zugeht. Das glaube ich auch nicht. Ich gehe nochmal zu den Figuren dahin, dass wir hier nochmal mit auf dem Film sind. Das ist die Keramik. Ich gehe weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020